Seid mir gegrüßt meine wunderschönen Zuschauer. Dieses Video ist nur ein kurzes Infovideo und zwar die Auflösung, welche nun jetzt den Biodynamics DT240 Pro gewonnen hat. Und zwar hat den Kopfhörer der Robby LPHD gewonnen. Du hast diesen Kopfhörer gewonnen und du hast jetzt eine Woche Zeit, dich mit mir per E-Mail bitte in Verbindung zu setzen, damit ich dir den Kopfhörer schnellst wie möglich zusenden kann. Die E-Mail Adresse, unter der du mich erreichen kannst, findest du in der Videobeschreibung. Meldest du dich nicht innerhalb einer Woche, hast du den Anspruch auf das Gerät, auf den Kopfhörer verloren und ich suche mir in der Zwischenzeit dann halt jemand anderen aus der Kopfhörer dann gewinnen kann. Bitte bedenke, es muss eine deutsche gültige Postadresse sein. Ich werde dir auch jetzt noch in den Kommentar antworten, dass du gewonnen hast, damit du dann auch noch auf deinem Handy eine Benachrichtigung bekommst, damit du dich schnell mit mir in Verbindung setzen kannst. Glückwunsch und danke an alle anderen, die fleißig mitgemacht haben. Das war es dann auch schon zu dem Video, mehr wollte ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Ja, könnt mir ja trotzdem einen Daumen nach oben geben, wobei das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Aber trotzdem, wie gesagt, bleibt mir gesund und munter, dann sehen wir uns das nächste Mal auch wieder. Euer Speaker-Schocker. Tschüss!